Müssen Rentner den deutschen Fiskus fürchten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zahlen auf ihre Altersbezüge, Steuern, Einkommensteuern. Was viele Rentnerinnen nicht wissen, dass sie aufgrund ihrer Renteneinnahmen und der seit Jahren hohen Rentenanpassungen eigentlich schon Steuererklärungen abgeben müssen. Sie tun es aber nicht. Entweder aus Unwissenheit oder nach dem Motto, das Finanzamt wird schon nichts machen. Diese Hoffnung, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ist sehr, sehr trügerisch. Denn das Finanzamt erhält jedes Jahr von der deutschen Rentenversicherung in einem automatisierten Datenabgleich Millionen von sogenannten Rentenbezugsmitteilungen. Das heißt also, das Finanzamt weiß ganz genau, wie hoch Ihre Altersbezüge sind, die Sie von der deutschen Rentenversicherung erhalten. Prüfen Sie nach, ob Sie mit Ihrem Alterseinkommen der Steuerpflicht unterliegen. Das machen Sie ganz einfach, indem Sie mal eine Rentenbezugsmitteilung für das Jahr 2019 oder 2020 von der deutschen Rentenversicherung anfordern und damit zum nächsten Lohnsteuerhilfeverein oder aber zu Ihrem Steuerberater gehen. Und der sagt Ihnen ganz genau, ob Sie Steuern zahlen müssen und vielleicht sogar auch schon Steuern zahlen müssen für einen vorhergehenden Zeitraum. Denken Sie aber bitte auch an Folgendes. Ab dem Veranlagungsjahr 2021 gibt es neue Behindertenpauschbeträge und zwar ab einem Grad der Behinderung von 20. Und deshalb kann es sich für Sie lohnen, dass Sie hier auch mal nachdenken, vielleicht einen Grad der Behinderung zu beantragen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020